64% aller Marketeers weltweit setzen auf AI als die neue Superpower. Mein Name ist Aldo Gnocchi, ich bin der Programmleiter des CAS AI Powered Digital Marketing. Mit dem CAS AI Powered Digital Marketing richten wir uns an alle Menschen, die mit Digital Marketing versuchen, ihre Unternehmensziele besser zu erreichen. Unser Programm umfasst die Grundlagen der Künstlichen Intelligenz und Prompt Engineering. KI generierte Text-, Bild- und Video-Inhalten, Marketing Automation und Performance Marketing mit KI, Datenanalyse mit künstlicher Intelligenz, sowie auch ethische und rechtliche Aspekte der KI-Nutzung. Bezüglich Tools lernen wir immer die Neuesten kennen. Es soll darum gehen, dass die Erlernten direkt in die Praxis umsetzen können. Warum solltest du dich für das CAS anmelden? Du hast mehr Effizienz, du kannst Tasks automatisieren. Du lernst aus der Vielfalt der verfügbaren Daten echte Insights zu generieren. Du kannst wichtige Kompetenzen aufbauen, deine Karriere beschleunigen. Lass dir die Chancen nicht entgehen, informier dich oder melde dich doch gerade an. Ich würde mich freuen, dich in diesem Programm zu begrüssen und stehe dir jederzeit gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung. Die Chancen nicht entgehen. Die Chancen nicht entgehen. Die Chancen nicht entgehen. Nein. Schade friends. Vielen Dank.